Telefonbuch einrichten Im Menüpunkt Kontakte kann ich in meinem ganz persönlichen Telefonbuch Kontakte von häufig genutzten Rufnummern hinterlegen und diese direkt und bequem per Kurzwahl anwählen. Durch Klick auf das grüne Kreuz kann ich bei den jeweiligen Kurzwahlen eine Rufnummer hinzufügen. Zunächst gebe ich den Namen des Teilnehmers ein, dann die Rufnummer. Speichern